Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Gießen und mache modernen Deutsch-Pop, der den Zeitgeist trifft. Mir ist es sehr wichtig, Geschichten zu erzählen, in die sich die Leute hineinversetzen können. Und das gemischt mit Ordomelodien. Das ist kein Abschiedslied, doch du weinst, in dieser einsamen Welt atmest du mich ein. Du weißt noch nicht, ob du bleibst, lass uns die Farben holen, damit die Sonne wieder scheint. Alles ist gut, wenn wir uns verlieren, alles ist gut, weil wir uns dann endlich spüren. Alles ist gut, wenn die Stelle bricht. Es gibt nur dich und mich, du und ich. Obwohl es das Projekt erst seit 2019 gibt, haben wir dieses Jahr schon auf vielen großen Bühnen spielen können, in vielen großen Städten. Es macht einfach riesig Spaß, mit den Leuten vor der Bühne zu feiern und die Musik zu spielen, die man geschrieben hat. Von Berlin nach Amsterdam Ich freue mich sehr darüber, dass mein Debütalbum von Ingo Pollitz produziert wird. Er hat ja schon andere Acts gemacht, wie Silbermond, Udo Lindenberg, Joris oder Klaaspernspiel. Es ist einfach eine riesige Ehre, mit ihm zusammenarbeiten zu können. Ich bin super gespannt und freue mich riesig auf die Zukunft. In der Nacht sind wir zusammen Ohne Kontos, ohne Plan Ich bin nicht mal dein Name Ich bin super gespannt und wichtig. Ich bin super gespannt, wo карander